ok willkommen zur zweitletzten vorlesung theorie in buch und traktat und objekt habe ich dazu gefügt die signatur des architekten als motto habe ich das gleiche behalten wie letztes mal ich möchte ein bisschen anschließend daran weil wir ja uns letztes mal so auf das verhältnis eingelassen haben von werben verkaufen schreiben von verantwortung auch und ökonomie und warum es heute geht vor allem mit dem einen eigentlich mit beiden texten aber vor allem mit dem text von george hersey der last meaning of architecture werden wir uns ein bisschen dem zuwenden was es heißt wenn wir behaupten dass es etwas gibt wofür es keinen preis geben kann also das preislose das heißt wir gehen ein bisschen in die anthropologie der religion mit diesem text und ich versuche dann die linie zu spannen was diese geschichten eventuell mit der sogenannten postmoderne oder der gegenwart und dem status von büchern und von bücherschreiben zu tun haben kann ich möchte aber anfangen mit ein paar gedanken zur signatur ich habe im titel ja den untertitel gesetzt die signatur des architekten und worauf ich damit ein bisschen hinaus möchte ist dieses doppelspiel was wir letztes mal gesehen haben zwischen autorschaft und autorität also einerseits dass eine ein bestimmter kanon im sinn von einer tradition von texten die man fortschreibt die man auch verbessert oder gewahrt als autorität die gewisser weise unpersönlich ist ja so wenn der wittruf in der renaissance zu seiner großen autorität gemacht wird oder in der frühen aufklärung dann ist das eigentlich nicht wie truf aus person sondern es ist etwas anderes was bis was passiert mit seinem namen signatur wenn wir das wörtlich nehmen heißt so viel wie urheberschaft sein individuelles zeichen eine unterschrift die man selbst man identifiziert sich mit dem was da geschrieben steht es ist auch eine art absender man weiß an wen man sich wenden kann wenn man das anders versteht zum beispiel es ist das zeichen für autorschaft und hat aber gleichzeitig auch mit autorität zu tun also im mittelalter zum beispiel wo diese kanonische autoritätsbegriff groß war da hat man davon gesprochen dass jedes ding seine signatur hat und dass man über das lesen der signaturen so etwas wie verträglichkeiten zwischen den dingen lesen lernen kann das ist das thema was wir in einer der ersten vorlesungen zur enzyklopädie also zu dieser tradition alles was es gibt in einen katalog zu bringen oder in eine gesamtschau zu bringen zu tun hat den stil habe ich dazwischen platziert und zwar geht es in der vorlesung eigentlich um die rolle wie individuell oder persönlich kann ein stil sein oder wie kann ein stil denn stil sein wenn er unpersönlich ist also wenn er so etwas wie allgemeinen gebrauch verkörpert oder ausdrückt die signatur steht auch für das problem wie man einen namen oder ein namenswort abgrenzen kann also bei den namen da tragen wir alle quasi unsere stammbaum geschichte fort mit dem nachnamen die eigennamen sind also die 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 vornamen sind die haben auch eine ganz interessante geschichte woher die kommen wie auch die familiennamen darauf möchte ich nicht eingehen sondern nur dieses element der genealogie weil man nämlich bei den nomen also bei den namenswörtern bei den namen der dinge eine solche genealogie in der regel nicht mitdenkt sondern der name von einem dinge ein buch oder ein tisch oder ein haus hat etwas einerseits generisches also was nicht entsteht sondern irgendwie gegeben ist und andererseits aber das war auch eine der frühen vorlesungen ist ein wortschatz überhaupt nicht beständig und besonders im 20 jahrhundert hat sich der wortschatz mit dem wir unsere welt beschreiben der explodiert es kommen unendlich viele neue wörter dazu beim absender möchte ich den aspekt hervorheben dass das in einem doppelten sinn auch gemeint sein kann also als absender kann man teil sein von etwas oder zu etwas gehören das heißt man ist zuerst teilt man eine identität und das zweite ist man verbindet sich und das sind unterschiedliche arten wie man mit mit text umgehen kann ich möchte auch erinnern an den gedanken den wir jetzt nicht mehr in welcher vorlesung entwickelt haben über sterne und meteoriten ja also wir sagen ja heute dass in der musik im film auch in der architektur dass wir stars haben also sterne haben in dem sinn dass das leute sind die dinge tun was wir meistens meinen ist von denen es sich lohnt dass wir ihnen folgen aber was ist auch behauptet ist dass es steht am himmel steht also irgendwie nicht vergehen kann und der meteorit ist eine andere figur das ist etwas was vom außen auf die erde fällt als ein meteorit von einem meteor ist ein auch ein himmelskörper aber eine der quasi aus den anfangszeiten von einer galaxie gebildet wurde das heißt nicht wirklich stofflich zur zu einem zu einer galaxie gehört also nicht exakt von der gleichen art ist wie alles was wir in der welt kennen sondern von außen auf der erde landet sozusagen das war ein begriff der mit sehr stark gemacht hat und der punkt den ich damals damit entwickeln wollte ist dass wenn wir eigentlich die dinge die die leute die wirklich bemerkenswerte dinge tun stars nennen dann nehmen wir denen in gewisser weise die lebendigkeit weil die sterne fest am himmel stehen das heißt wir besetzen eigentlich das was sie tun mit dem was wir drauf projizieren und ihnen sehen möchten und das ist nicht ganz unproblematisch und einen zweiten gedanken in bezug zur signatur wenig anreißen möchte ist die frage ob zum beispiel ein dramaturg in welcher weise können wir sagen dass ein dramaturg sein zeichen setzt ein dramaturg ist jemand der im theater eigentlich das gesamte einer aufführung lenkt also ein dramaturg ist jemand der texte reflektiert der bühnenbild mit text hineinklang bringt mit musik der die darsteller die schauspieler charakterisiert ausstattet mit 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 decorum also mit mit kostümen und so weiter und die dramaturgen sind enorm wichtig fürs theater und die haben eine art zeichen ganz klar nur kann man dieses zeichen nicht direkt sehen es ist eine art signatur die überall drin ist und in diesem aspekt gibt es sehr interessante verbindungen zum ornament im klassischen sinn ja also nicht das ornament wie wir es heute in einer etwas armseligen weise oft verstehen als ein schmuck der nicht essentiell ist als ein eine verzierung die keine bedeutung trägt sondern die die irgendwie raum beansprucht was eigentlich eine ablenkung ist von der sache selbst und das ornament und das werden wir sehen in dem text mit dem text von hörschi hat eine enorm wichtige rolle gespielt in der herausbildung von kulturen kultur kommt von kultus und das wird auch der bezug sein um den es mir geht also das ornament mit kult deswegen religionsanthropologie in beziehung zu setzen und es hat etwas damit zu tun wie man eine art kontinuität haben kann die gleichzeitig immer geschnitten ist also diskret ist also nicht eine linie ist die geschmeidig sich fort pflanzt sondern quasi eine linie die immer wieder geknüpft wird und in dem sinn hat das sehr viel mit der rolle von erfindung von ihnen wenn in veniere von den menschen und auch von tradition zu tun tradition ist wörtlich von tradiere etwas was man weiter gibt was man mitnimmt und weiter gibt und was man pflegt dass es quasi integer bleibt in bezug zur vergangenheit und aber auch akzeptabel oder verständlich wird aus der perspektive eine zukunft heraus der zweite aspekt der wichtig ist ist ornament hat ganz viel mit performativität zu tun das heißt mit mit ritten mit handlungs schritten die ja vor definiert sind in unterschiedlicher weise und in diesem aspekt hat ornament enorm viel mit technik zu tun da bin ich gerade erst am herausarbeiten davon aber bei alberti wenn ich das alles richtig verstehe kann man sogar so weit gehen dass er sagt technik selber ist ornament und das ist ein gedanke der für die heutige zeit natürlich enorm interessant ist jetzt ist in beidem an den technik wie auch in der performativität ein tun drin eine aktivität und das kommt gewöhnlich vom verb ergon für arbeit oder werken das ist ein wort das zum beispiel in dem jurg ist die dem jurg kennen wir nicht das anders als der dramaturg aber ähnlich der dramaturg ist derjenige der ein drama in szene setzt in einem holistischen sinn der dem jurg ist jemand von dem wir sagen dass einen welten bauer ist aber das wort eigentlich heißt arbeiten für die öffentlichkeit also ergo von jurg und demos ist die öffentlichkeit auch das politische und über diese zusammenhänge und das ist so eine art word cloud kann man vielleicht sagen oder ein assoziationsfeld haben die vorstellungen rund um kultus tradition eben auch mit produkten mit artikeln mit waren also genau mit all dem was eben einen preis kriegt ja was man über einen preis in seinem wert schätzen kann und worum es mir geht ist und das war schon letzte woche eigentlich die idee dass wir etwas allzu schnell oft denken dass das dass das dass ich die beiden linge ausschließen würden also dass sein produkt nicht wirklich bedeutung haben kann wenn es gefertigt ist das ornament macht diese diesen kurzschluss wie ich denke dass er eine ist sehr problematisch das versuche ich etwas herauszuarbeiten ich habe einen dritten punkt den ich vorausschicken möchte und zwar um ein bisschen weil wir werden sehr weit in die vergangenheit gehen und dann ist immer die frage wie sehr das denn überhaupt für uns noch relevant ist oder was wir damit anfangen sollen und ich will jetzt überhaupt keine direkte linie spannen aber es ist interessant wie im jüngeren diskurs also das heißt im philosophischen diskurs 2000 plus ideen wieder anfangen aufgegriffen zu werden die sehr viel mit diese geschichte zu tun hat und ein beispiel ein sehr prominentes davon ist graham harman der so ein bisschen steht eigentlich für das label und ich würde es label nennen viel mehr als eine schule oder sowas der objekt orientierten ontologie oder der objekt orientierten philosophie triple ooo sind alles branding aspekte die in sich schon interessant sind bei ihm gibt es einen kern ein kernkonzept und nicht nur bei ihm sondern bei ihm ganz vielen von diesen von diesen leuten die sich mit mit dieser bewegung oder mit diesem label assoziieren und dieser begriff ist die alle die alle und das heißt so etwas wie die qualität fasziniert zu sein ja oder etwas was begehrenswert ist ich habe ihnen ein paar zitate herausgesucht wie harman das beschreibt und zwar in seinem buch was einem fast am meisten zitiert ist guerilla metaphysics und da kriegen sie auch schon den charakter mit guerilla metaphysics ist eine art ja claimen von einer gewalt in einer neuen weise also guerilla ist ist eine art nicht organisierte oder nicht institutionell legitimierte form von gewalt und metaphysik ist eigentlich entstanden daraus wie man das thema gewalt zivilisieren kann er schreibt zum beispiel allure is a special and intermittent experience in which the intimate bond between a thing's unity and its plurality of notes somehow partially disintegrates was mir wichtig ist ist diesen schritt den er macht also die einheit von einem ding und dann aber die pluralität von der weise wie von dem ding notiz genommen wird ja oder wie es bezeichnet wird wie es in rythmen gebracht wird a plurality of notes also die repräsentation oder die begrifflichkeit von einem ding ist daran sich zu dies integrieren sagt er und wenn man das erlebt dann sind die dinge begehrenswert dann sind sie faszinierend dieser diesem erlebnis gegenüber sagt er braucht man humor er sagt in humans allure is produced by humor which feels superior to its object and charm which feels enchanted by it ja also die objekte werden in dieser in dieser vorstellungswelt die wir hier haben gewissermassen zum gegenteil von dem wofür sie immer gestanden haben ein objekt ist etwas was vernünftig gedacht ist was klar definiert gedacht ist was wofür es klare begriffe gibt was rationalisiert ist ein ding ist viel mystischer als ein objekt und was jetzt diese bewegung macht ist sozusagen den den dien charakter aus dem objekt heraus zu entwickeln also zu sagen das objekt ist nicht so klar wie es immer behauptet hat und genau im aufspüren davon wie es eben nicht klar ist entsteht eine art neue verzauberung der welt ja ich denke sie bekommen die idee das modell was dahinter steht ist ein gedanke den der auch für martin heidegger zurückgeht das geführt hat es heidegger genannt armen greift es auf und nennt es der vor folgt ich habe hier eine ein schema das ist ja ein schema das heißt ein reduziertes modell im prinzip geht es darum alles was es auf der welt gibt was man beschreiben kann in eine art abstrakte klassifikation zu bringen und es gibt vier teile von diesem quadrat und ein quadrat ist eine 1 selbst also ein quadrat ist ja eine strecke hoch sich selber das heißt es ist eigentlich ein bild immer für einen einen selbst bezug also wenn man wenn er wenn etwas sich selber kennt dann ist man in einem quadrat das quadrat hier ist vierteilig und zwar ist es gemacht aus der erde aus göttern aus dem himmel und aus den sterblichen sterblichen und götter sind ein gegensatz götter sind nicht sterblich in dieser auffassung erde und himmel als das tiefste und das höchste und aus dieser konstellation heraus jetzt sagt harmen bei heidegger ist der begriff um einiges komplexer das klammere ich lieber aus von der besprechung aber der gedanke den um den es harmen geht ist zu sagen dass jedes objekt gemacht ist aus allen vieren von diesen bereichen und deswegen kann es diese kraft haben dieses dieses alle und harmen spricht in bezug dazu auch von einer von einem wesen der objekte also die objekte waren immer in der philosophie das was nicht wirklich ein wesen hat sondern was rein formal ist und er spricht quasi der formalität aus dem objekte gemacht sind eine art essenz zu also eine eine ja ein wesentliches das heißt auch etwas was sich nicht wirklich ändert sondern was universell ist und einem ding einfach immer innewohnt diese themen sind nicht so ein bisschen lose in eine konstellation die haben aber ganz viel mit einer renne girard nennt das nennt das die struktur die struktur eigentlich von von religionsgemeinschaften zu tun und der rolle der mimesis darin also der nachahmung ich möchte eine kurze sequenz abspielen weil damit quasi ein thema in enorm präzise und kondensierte form eingeführt ist dass dann in den text von hörschi eigentlich überall dahinter liegt und der punkt bei gerard ist dass dieses eine dieses mimetische verhältnis gemeinschaftsstiftung ist weil es sich immer über drei pole erstreckt also er bringt so etwas wie diese faszination oder diese allure wie hermann es nennt in die struktur den mimesis hinein und hat damit immer ein einen ein dreipoliges verhältnis hören wir uns ein etwa vier minuten an was er sagt renne girard ist das muss ich vielleicht noch sagen ursprünglich eine literaturwissenschaftler gewesen und hat dann angefangen über eigentlich immer mehr aus anthropologischer und später aus religionsanthropologische sicht darüber nachzudenken wie ein text warum können texte dermaßen stark kultur schaffen und er ist bekannt geworden für seine theorie des mimetischen desires er war professor an der stanford university mitglied der akademie france als eine der sogenannten immortals das ist heute noch in der institution transportiert und ist 2016 glaube ich gestorben das ist eine aufzeichnung ungefähr von 2009 wenn ich mich recht erinnere willkommen zu uncommon knowledge i'm peter robinson be sure to follow us on twitter at twitter.com forward slash unc knowledge twitter.com forward slash unc knowledge born in avignon on christmas day 1923 renne girard is the author of works that have been published in more than two dozen languages including including the scapegoat and things hidden since the foundation of the world his latest book achever klaus fitz will be published in the united states in 2010 as battling to the end politics war and apocalypse in 2005 professor girard received the highest honor in france induction as one of the 40 members of the academy france says one source of renee girard's thinking a close reading of the golden bow sir james frazier's classic study of ancient myths published in 1890 the golden bow explained that myths throughout the ancient world contained a central element the periodic sacrifice of a sacred king dying and then resurrected christianity the golden bow suggested represented nothing but one more such myth a point to which we will return renee girard bienvenue thank you i'm very happy to be here segment one insights memetic desire to quote one of your interpreters gil bailey quote desire as distinguished from animal appetite is always aroused by the desire of another explain if in order to invent desire because desire is not natural desire is not animal is it human we don't know it sometimes it's human sometimes it seems very inhuman but how is it born i think desire usually is born out of the contemplation of someone else who is desiring and who designate to you the object is desiring as desirable so every college student who wants to be an investment banker obvious they want to fly around in their own jet and drive a maserati but how does this apply to the ancient world well to the ancient world it has to apply in the same fashion the objects are different but the structural desire the triangular relationship of desire the triangular relationship of desire object model and subject are the same serpent eve apple serpent in the mimetic theory of desire is a symbol in the image of the mediator in other words the one who directs the subject towards the bad desire the churches you know who know what they're talking about much better than what people think know that example is the key to bad as well as good behavior and this is nothing but what i call mimetic desire so that's why the church uses the phrase the occasion of sin yes now gil bailey once again the imitative nature of desire leads to conflict it leads to conflict and this is a both something very obvious and which is a paradox for most people when they first realize it if you imitate the desire of someone else you admire that someone else or that someone else may be your best friend but as soon as you both desire the same object and the objects really desirable exist only in one copy in ones so i shouldn't say copy because it's not a copy it's the original there's only one there's only one one element origin and therefore they have to fight therefore the real the theatrical situation par excellence is a situation of two people desiring the same object because they designate that object to each other once the imitated subject realizes is he is imitation this reinforces his desire he said i certainly selected the right object as soon as this man saw her he fell in love with her like i did therefore we are white therefore i'm more convinced than ever that i should desire her therefore he's my enemy all right i'm i'm chuckling because as as you as we will as the audience will learn as simple as it sounds it explains everything in a way let me quote you yourself renee this time if this moves on to the second your second basic insight the violence and the sacred if there is a normal order in societies it must be the fruit of an anterior crisis explain it must be the result of an anterior crisis because because people polarize around objects of desire and this can be regarded as true even for food for shelter for places where you can live and so forth so you can be sure that the human population in pre-historical time gathered around the same places because they were desirable because there was water there and so and they were united by that same desire and they were separated because very often there was not enough of whatever was needed water shelter food and they started to fight that's why i don't think we should say man is so bad you know that he would always fight with his fellow man even when he associates the people he associates most closely with are the people he fights most often with they do because they are both moving toward the same thing and these things are never in sufficient number or even if they are you tend to trust your model because you admire him so you say he's seen in the object something more than i saw and therefore i must follow him more than ever and this works both ways as the one who desires first is imitated in his desire he's confirmed in that desire but the conflictual situation is all over the place is coming from everywhere all right segment two okay was mir wichtig ist zu bestehen an der position die jira betritt ist dass er gewalt in gewisser weise entmoralisiert und zwar indem er sagt es gibt eine struktur im umgang von gewalt die konstitutiv ist für das bilden von gemeinschaften das heißt die vorstellung dass man situationen so weit optimieren kann dass keine gewalt mehr nötig wäre was heute ja sehr oft so verstanden wird das ist im kern von der kritik die er die er übt an diesem denken wenn wir jetzt schauen mein punkt ist diese überlegungen jetzt zum ornament für der klassischen rolle von ornament in beziehung zu setzen wenn wir schauen wie 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 truf von dekor spricht dann ist das enorm interessant weil weil es also erstens mal bringt es mit der szene in bezug also mit je nachdem wie man den begriff fassen will mit einer mit einer konkreten situation mit einer bühne mit einem eingeschlossenen bereich mit einer szene die jetzt durch den architekten im umgang mit dekor unterschiedlich gespielt werden kann und er nimmt hier die begriffe die wir aus der klassischen aufteilung in literarische gattungen auf der poetik kennen das tragische das komische und das satyrische ich habe ihnen eine darstellung gemacht die vorschlagen möchte als denkinstrument nicht weil es irgendwie war oder richtig sei dass es übersorgnament darum geht der theorie so was wie charakter zu geben und temperament also dass die theorie nicht diese perspektive ist wo man in keiner situation drin ist wo man immer drüber steht oder draußen ist oder neutral ist oder so was das war glaube ich in der antike eigentlich eine selbstverständlichkeit und ich möchte gerne vorschlagen quasi diese komische seite der komödie mit der mit dem übermut und mit der mit der listigkeit mit dem begriff der metis die wir letzte woche behandelt haben in ins verhältnis zu setzen die komödie hat immer damit zu tun dass es einen überschuss an möglichem sinn gibt deswegen ist die komödie die muss so was wie dampf ablassen könnte man vielleicht sagen ja also wieder griff kriegen um einen einen weg zu finden weil zu viel da ist zu viele möglichkeiten und umgekehrt natürlich auch wenn keine möglichkeiten da sind das ist dann spezifische limetis dann braucht es list um welche zu schaffen und diesen aspekt würde ich vorschlagen mit autorschaft wie wir letzte letzte woche gesehen haben in bezug in bezug zu bringen für die autorschaft noch einmal um das in erinnerung zu rufen wenn wir das bei alberti anschauen der als eine gilt der humanistin der renaissance die eigentlich diesen begriff geschaffen haben oder eingeführt haben dann hat die autorschaft viel damit zu tun wie jemand in der umgangssprache also im vernacular sich anpasst über die dinge die eigentlich nur in der autoritären sprache das war damals das latein gesagt werden können das heißt die umgangssprache da ist ganz viel lärm drin da ist viel lebendigkeit da ist viel unpräzises drin und in einem verhältnis zwischen autor und autorität geht es darum in der weise wie alberti das einführt die mir anders herauszustellen als es der kanon über liefert ja also sich freiheiten zu nehmen aber ohne respektlos zu sein mit der tragischen seite würde ich jetzt unser thema heute spezifischer der kult der ritus in dessen kern immer ein eine ein sacrifice ein opfer steht mit autorität in verbindung bringen also mit mit einem brauch an dem man nicht rütteln kann und die satirische seite die wird im letzten teil unseres unserer heutigen sitzung zentral werden das würde ich mit einer bestimmten art der vergessenheit in verbindung bringen und das ist nicht pechurativ gemeint das will ich gleich vorausschicken eine amnesia das ist der text in charles jenks wenn er von der von der revanche of the book spricht jenks ist der große architektur theoretiker der postmoderne und erstellt ein extrem interessantes verhältnis heraus wie er die postmoderne als ein ankämpfen gegen die zeitvergessenheit die geschichtsvergessenheit der moderne versteht satirisch heißt weder autorschaft noch autorität sondern in einem gemein in einem treiben wo irgendwie alle teil sind und wo niemand richtig das kontrolliert also satirisch wird mit dem in verbindung gebracht mit trinkgelage mit mit einer art und bewusstheit die jetzt aber nicht psychologisch ist sondern eigentlich durch massen also durch teil sein anonyme teil sein in einem großen ganzen und dort würde ich den begriff der medialität setzen das ist eine art schema dass wir am schluss noch mal aufgreifen können um ein bisschen zu zu ordnen vielleicht was jetzt folgt bei vieler rede haben wir gesehen dieses spiel eine art körperlichen empfängnis von einer idee die der architekt dann umsetzt hat viel mit dem was 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 er die die topische architektur genannt hat also architektur die immer in einem in einer sehr spezifischen situation verankert sein muss der topical architecture und diese situation ähnlich wie die szene bei mit rufen die zu zum deko ist gemacht aus einem ort das seit dieser ort muss eingefasst sein also eines sein und an der materialität die da ist und quasi im umgang damit spielt diese dieser wille er etwas schaffen kann in seinem verständnis und der listigkeit des architekten miteinander was wir jetzt heute sehen ist tropische theorie also nicht nur topische architektur also von einem topos sondern von tropen tropen sind ein begriff der figurativen rede das hat was mit wendigkeit zu tun etrop das ist der gebrauch von einem wort in einem uneigentlichen sinn und was george herrsee in diesem buch vorschlägt der lost meaning of classical architecture ist jetzt nicht dass er behauptet er würde einen zugang zu dieser bedeutung haben sondern er sagt durch figurative sprache können wir uns ein bisschen erschließen was vielleicht einmal die bedeutung gewesen ist der klassischen architektur die neugier hinter diesem text das ist ein bisschen wichtig das zu verstehen er befasst sich nämlich mit dieser geschichte nicht primär weil er denkt es ist nötig und wertvoll dass das bewahrt bleibt sondern aus einer sehr aktuellen frage er fragt sich bei du bist die lius der klassiker orders warum ist es dass wir in den institutionellen gebäuden immer noch so oft und so stark die klassischen elemente der architektur also die säulen ordnungen und so weiter verwenden ohne doch eigentlich irgendeinen bezug zur bedeutung zu haben was diese architektur sprache einmal verkörpert hat dem will er nachspüren und zwar kommt er erscheint also diese figurative sprache die ist sehr wörtlich gemeint bei ihm also er nimmt die begriffe aus der aus der kunstgeschichte die sie bestimmt alle gelernt haben in der in den in den entsprechenden vorlesungen er nimmt diese worte und schaut in welchem assoziationsfeld diese worte in der antike verwendet worden sind und was sich herausstellt oder was quasi seine 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 these ist mit ihrer arbeiten will ist er sagt ornament also wenn wir die wortgeschichten anschauen ist es sehr wahrscheinlich dass diese elemente von von den von der klassischen architektur etwas zu tun haben mit sacrifices und dann sagt er sie repräsentieren ist aber nicht sondern sie etablieren quasi die die performativität davon also sie seine art stellvertretung das ornament würde dann den vollzug von einem akt oder von einer performance von von einem wie sagt man das auf deutsch elegant von einer prozedur oder so stellvertretend über bezeichnungen immer weiter weg bringen von der von dem ursprünglichen von dem ursprünglichen akt ist eine art wie kerry seine art stellvertretende ordnung die über das ornament geschaffen wird und in dem dass das ornament das kann macht es platz macht es raum um mit dem brauch unterschiedlich umzugehen das ist die idee die ihn leitet sein buch hat zwei teile wir werden vor allem über den ersten teil also vor allem eigentlich über das zweite kapitel sprechen die zwei teile sind einmal in der antike also wie welche worte werden verwendet bei wie trufe bleibt in der wort war sie nahe bei wie trufe und versucht dann zu ergründen was das bedeutungsfeld von diesen worten ist in einem in einem grösseren sinn dann geht es ihm um einen bezug zwischen zwischen den den der rolle des menschen also des menschlichen körpers um die proportionen bestimmen zu können hier geleitet werden oder die dem wieder dieser ordnung zugrunde liegen und der bezug zum tempelbau damit und dann eine darstellung wie quasi die sprache die gesprochen ist in den fachbegriffen von diesen ordnungselementen die sprache des kult ist also das eine art generik des des opfer des opferkultes im zweiten teil dann greift darauf wie man in der renaissance diese ganze vorstellungswelt affirmiert hat also erstens noch gekannt hat und zweitens affirmiert hat er beschreibt wie auch dort die gleiche auseinandersetzung noch mal 1000 jahre später oder sogar 2000 jahre später stattfindet sein zugang möchte ich vorschlagen mit diesen tropen ist eigentlich ein zugang der philologie und die philologie ist ja auch wieder nietzsche hat so geschimpft im 19 jahrhundert gegen den stand der philologie weil die so rechthaberisch und so kleinkrämerisch geworden sei ja also was der philologie zugrunde liegt ist eigentlich so eine art sich erschließen können oder einfühlen lernen können in eine zeit in der wir nicht leben und mit der wir nichts zu tun haben das heißt sie muss immer spekulativ sein sie kann nie behaupten autorität also die autorität auf ihrer seite zu haben und sie muss figurativ sein es geht also es geht eigentlich immer darum wieder heraus so wie ja figuring things out wäre eine formulierung die das für mich sehr schön beschreibt und wogegen nicht geschimpft hat ist dass die philologen über etymologien also über positive abhandlungen welches wort sich exakt aus welchem anderen wort heraus entwickelt hat viel zu engstirnig geworden ist und den geist von älteren kulturen nicht mehr zu greifen vermag und das ist eine ähnliche sensibilität der auch herrschi hier folgt das heißt er will nicht klären was die autorität von widerruf ist sondern er will widerruf als eine art er will schlüssel finden in widerruf zu einer sensibilität die wir nicht mehr teilen und die auch eher nicht mehr teilt und die ausgangslage ist dass er sagt die worte die wir jetzt so steril verwenden als kunstgeschichtliche fachbegriffe dass diese worte nicht geheimnisvoll waren in der zeit von widruf sondern im gegenteil die waren vollkommen alltäglich er sagt wie truf wäre in einer sensibilität eingetaucht gewesen mit der wir für die wir kein gespür mehr haben und dem will er nach spüren das heißt anders gesagt es geht um eine art archäologie aber jetzt in den worten selbst ja also archäologie ist so eine interessante wissenschaft weil die quasi die dinge die dinge die die man nicht versteht verstehen lernen will und er behauptet jetzt dass es etwas ähnliches in den worten selber gibt also worte die heute noch gleich heißen die wir heute auch verwenden wenn man sie früher verwendet hat muss man dennoch eine auf eine art archäologische weise mit diesen worten umgehen eine archäologie der worte das heißt die worte sagen mehr als das was sie sagen das ist eigentlich die 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 an die idee wie kann man jetzt mit den worten umgehen wenn man denkt die sagen mehr als dass sie sagen und dafür ist eben diese figurative sprache eigentlich die gesamte politische sprache geht damit um also dass man quasi über die worte die man auf etwas anwendet was es nicht genau bezeichnet in eine art schattenspiel bringen kann also man kann die worte in unterschiedlichen profilen herausstellen das heißt man affirmiert ein assoziatives spiel mit den worten und in der antike war ein solcher umgang mit worten eigentlich sehr 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 viel selbstverständlicher als wir das heute haben er beschreibt zum beispiel wie die götter fast alle trug also solche figurativen namen gehabt haben die mythen bezeugen das auch also die die figuren hatten namens worte die ganz viele kommen place ist also ideen assoziationen die allgemein verfügbar waren auf eine bestimmte weise gebündelt haben tropus im lateinischen ist eine figure of speech simile metaphor kataklesis oder etwas ähnliches das heißt wenn man mit tropen umgeht ist man immer in diesem uneigentlichen wo der humor wichtig ist wo auch ein stück weiter satirische wichtig ist und erlaubt aber genau damit und das ist ähnlich wie das in der in der renaissance mit den vernakulären sprachen geschehen ist einen neuen umgang mit 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 bräuchen die sehr fix sind ein beispiel der echinus diese kranz bei den säulen und wie er vorgeht ist wirklich eine art komik in vielerlei hinsicht also er beschreibt er spürt diesem assoziationsfeld nach wo das wort hier kommt und er sagt dieses wort das hat ganz viel bedeutet das hat als sie euch in a white mouse jar a ways for secret evidence the shells of various plants and animals and neck vertebra the stomach of a ruminant the pointed ends of a drilling bit plant and the kind of cake und jetzt sagt er gibt es irgendetwas was auf sinnvolle weise mit diesem assoziationsfeld verbindend ist also was das was dort verbindungen herausstellen kann er bringt eine mythische seite noch mit dazu dass ich und war der name für einen held der von den aus den zähnen eines drachens gesprungen ist ja also eine eine figürliche darstellung von etwas was unverhofft kommt und was auch mit einer bestrafung zu tun gehabt hat also wenn man die tabus bricht dann springen solche wesen aus den aus den schlangen wurde aus den drachen und was er jetzt macht ist so was für figurative geometrie das heißt er und das sind zeichnungen von ihm beides er beginnt diese objekte die alle das gleiche also die die objekte die dieses wort bezeichnet aufzuzeichnen und zwar nur in den profilen und in den silhouetten und dann sagt er gibt es jetzt in diesen profilen nicht etwas oder elemente die wir quasi zusammen verbinden könnten um zu einer logik der architektonischen form zu kommen das heißt er arbeitet sehr suggestiv er sagt nicht es gibt eine notwendigkeit das so zu sehen sondern er arbeitet sich wenn man so will eine art vernachuläre bezeichnungsweise um eben eine solche bedeutung wieder erschließen zu können und das ist deswegen interessant wie wir sehen werden weil das für uns ja ja wie gesagt also eigentlich vor allem komisch ist das heißt eine eine art fast ein sich lustig machen von methoden und das hat aber einen interessanten hintergrund weil wir nämlich zum beispiel zwischen silhouette und profil unterscheiden also diese art von outlines sind wir gewohnt über die profile das setzen wir in zusammenhang mit mit geometrie und mit projektiver darstellung aber die silhouette die bezieht noch ein schattenspiel mit ein also die silhouette ist da ist eigentlich fast das gleiche wie ein profil nur mit tiefe und körperlichkeit und im spiel von sonne und und also von licht und schatten der begriff der silhouette hat auch eine lustige geschichte wenn sie das nachlesen das scheint von einem ganz spezifischen minister in frankreich zu kommen der so geheißen hatte der war ein basket und dann geht aber hörschi das ist hier vom etym online aber hier ist ein umgang in diesem wörterbuch der etymologie was associativ vorgeht und sagt der war basket und im baskischen heißt ich kann die begriffe nicht aussprechen aber der begriff ist gemacht aus einer abandels und einem loch das etwas löchrigen und wurde dann auch kopiert als schatten und figuren und sie werden sehen in der in der weiteren besprechung geht es tatsächlich darum dass die die säulen oder dieses dieses der art des dekoration schatten verkörpert hatten also die schatten waren stofflich und diese stofflichkeit hat natürlich mit dem kultischen hintergrund zu tun dass das quasi tote seelen sind die 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 dort leben können in diesen in diesen mischen das heißt so ganz weit hergeholt ist es nicht unbedingt jetzt dieser umgang also wie er eine art wie kann man wie kann der schatten substanziell sein rein in der geometrie ist das quatsch weil der schatten gibt uns die flächen und wir arbeiten mit den flächen aber wenn man so etwas wie eine geometrie mit figurativem sprachgebrauch macht ist es nicht unbedingt quatsch weil dann quasi ein wort immer das licht gibt für ein anderes wort und diese geste ist es auch was die figur des tropus mit mit diesem kult mit dieser tradition von kult zusammengebracht hat der begriff der trophäe kommt aus dem gleichen hintergrund und die trophäe die war ursprünglich eine art ja ein kultischer akt in einem krieg wenn sich das blatt wendet wie man sagt und klar wird wer der verlierer ist und wer der gewinner ist dann ist eine trophäe eine art statue oder eine art markierung wo man den verlieren gedenkt und diese staat wird diese markierung ist gemacht aus den aus dem aus den armatories also aus dem aus dem schutz wie sagt man den den helm und den waffen des gegners und die idee ist die dass man natürlich zu apis des shakes an to preventer gott von panisch in de victor so hat gilt denn herrschi benennt das als eine figur von diesem tropischen tun er nennt es der das wird das turn trott vom mörder sind zu sacrifices ja das heißt die weise und was ihn interessiert an dieser religionsanthropologischen geschichte ist eine art substanzielles sprechen was aber die referenz aus der aus dem vollzug heraus schöpft also was nicht etwas repräsentiert und klinisch steril neben dem geschehen steht sondern was mieten im geschehen stattfinden soll ein zweiter überraschende punkt ist dass er sagt die tempel sind bei den griechen ganz oft um bäume herum gebaut worden das heißt religionsanthropologisch gesprochen sind die kulte den tempel vorgängig also es gibt eine genealogie wie tempel entstanden sind und zwar deswegen weil die griechen den göttern jeweils bestimmte bäume zugesprochen haben und das ist eine figur die man natürlichen in ganz vielen kulturen auch findet ja also ein einem ein treib zum beispiel also ein eine wie sagt man treibt auf deutsch ein stamm ja also eine ethnische gemeinschaft wird ganz oft über 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 solche figuren gedacht was ihm wichtig ist herauszustellen ist dass die ganze natur kultisch gedacht war ja und er nennt das auch die poetische sprache war zuerst als die menschen angefangen haben zu sprechen hatten sie keine klaren begriffe sondern sie hatten performative figurative poetische sprache um von der welt zu sprechen die tempel jetzt werden um solche orte herum gebaut oder viele der tempel das gilt natürlich nicht für alle aber für für viele der tempel und das rekonstruiert man sich über über zeichnungen und über figuren über relikte aus dieser zeit das heißt der tempel ist nicht das erste haus der götter wie wir oft sagen also der tempel ist der ort wo die götter wohnen so sei das gewesen für die griechen und das war sicher auch so nur es gibt quasi eine urhütte davon wenn man so will und das interessiert ihn aufzuspüren ja er sagt zum beispiel dass es überliefert sei wie die greeks startet der religion by fencing of growths or trees only later detail erect temples and images oder weiter such trees or groups of trees were often decorated with the gear and materials used in sacrifice and with the victims remains bones horns urns lamps fruit and vegetable relics flowers and weapons wasenzeichnungen geben dies wieder unter anderem es gibt auch viele ansätze die sagen dass die säulen sich aus baumstämmen entwickelt haben jetzt hat das natürlich einen handwerklichen grund aber wenn es einen handwerklichen grund hat hat es eben sehr wahrscheinlich auch einen symbolischen grund aber damit wir etwas genauer wissen was mit so einem kult mit seinem ritual gemeint ist habe ich hier aus herrschers book einen die passage herausgeholt wo er walter burkert paraphrasiert der so ein geschehen beschreibt deswegen sind wir haben weil es ist nicht so einsichtig warum früchte und warum warum war und warum alle diese objekte was haben die jetzt mit dieser tradition zu tun und diese passage gibt einen ja ein einfühlsames bild davon hirschi schreibt der participants was an stress dem selbst in special clothes and ornaments including rest they then go singing in procession to the place of sacrifice they are led by a girl called kanephoros carrying a basket of grain on her head an animal victim accompanies the procession he too is decorated with breath and his horns if he has them are gilded the music of a flute is heard the event itself takes place before an altar stone if possible very ancient the longer it has been in use the more blood it has absorbed the more relics of earlier sacrifices it is place the holier it is a fire now burns on it a sensor smokes and there is a jug of water nearby the participants draw a circle around themselves in the earth the area enclosed becomes a sacred precinct the basket and water jug are carried around it to reaffirm the consecration all washed their hands and the victim is sprinkled he is perceived as willing even anxious to be sacrificed and to this end is forced to not his head ich will es nicht das ganze weiterlesen sie können das selber nachlesen für mich war das sehr neu und interessant zu schauen wie das beschrieben wird wie so etwas stattgefunden hat und wichtig für uns ist eben dass eine ganze eine ganze klaviatur von objekten von 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 gebrauchsobjekten für uns eigentlich triviale objekte wie ein ja wie ein wie ein behälter also die abstraktesten objekte die man sich denken kann in diesen konstellationen quasi zur aufführung zur anwendung gebracht worden sind was wir aber versuchen müssen besser zu verstehen ist die rolle des körpers weil darum geht es ja dann auch mit den architektonischen ordnungen wie oder wieso ist der menschliche körper so wichtig als referenzverhältnis um diese werte sagen zu können also um zu sagen zu können wie die symmetrien herzustellen und wir haben das schon bei rené chirard gehört diese art von kulten gehen fast alle auf einen gedanken zurück der wenig sehr einfach zusammenfassen will und zwar dass ein könig also jemand der herrscht immer das erste opfer gewesen ist und zwar damit die gemeinschaft quasi die macht des königs teilen kann und die idee dabei ist ja wenn sie so wollen eine idee die die metaphysischen fragen öffnet also was ist was ist ein ganzes und so weiter was ihn aber jetzt interessiert sind eben unterschiedliche formen davon und der punkt ist eigentlich dass das dieses zerteilen also das rituelle zerteilen dass die also die also eine gesamte zeremonie wie wir vorher gelesen haben ist eine art von zerteilen eines gesamten geschehen deswegen muss ein solches geschehen immer als eine zeremonie immer gleich gemacht werden und es geht darum dass ein ein opfer zu so etwas wie einem gefäß wird für die götter das werden wir gleich gleich sehen als es geht um diese und diese um dieses um den umgang mit zirkularitäten ein anderes beispiel wie die trophäe ist die jagd gewesen also man die die richten wie man tiere töten kann darf wie man das tut haben auch mit so einer art größeren integrität zu tun als das einzelne tier ja also deswegen muss man wenn man ein tier getötet hat mit den knochen die zerlegung des des organismus und so weiter auf bestimmte auf bestimmte weisen geschehen und der kult hat jetzt damit zu tun nicht nur nicht nur wie das zerlegt wird sondern eben wie es wieder zusammengefügt werden kann ja so herzlich beschreibt why should dismemberment dismembered victims be reconstructed it is generally agreed that the animal victims were later substitutes for another sort of victim sacrifices were much later reenacted of primal ritual murders in which a god king was killed and consumed und interessant ist das deswegen vielleicht also nicht damit hat dass diese verbindung von einer art von gewalt mit dem heiligen auch zu tun das ist kein recht wirklich gab dafür also es ist überliefert wie priester selbst verurteilt werden konnten oder sogar wie er schreibt die waffe mit der eine opferung durchgeführt wurde konnte verurteilt werden das ist eine art von gewalt die nicht im juristischen sinn gesetzlich verankert ist und die aber auch nicht also die weder kriminell ist noch richtig ist das ist diese zwischen bereich um den es um den es geht und die these von hörsch ist dass das ornament in bezug zu diesem zwischenbereich eine kultur stiftende rolle gespielt hat deswegen interessierte sich so für diese unterschiedlichen geschichten anekdoten praktiken etwas überraschendes wenn man sich damit beschäftigt ist dass ein opfer eigentlich durch diesen kult unsterblich gemacht wird und dass diese und dass man an dieser unsterblichkeit dann teil hat wenn man den kult mit vollzieht er schreibt weder oder noch ich bin bei dem zweiten paragrafen jetzt weder oder noch der victim repräsentierte killed king the victim was die unquestioned vessel of the god wenn die victims und spirit departed the god filled up the victims skin und jetzt zu dieser bedeutung von einem gefäß das ist ja auch die rolle von ornamenten die 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 sind ja nicht wirklich drinnen und nicht wirklich draußen an den architektonischen formen also diese zwischenbereich wie hörschi sich das erklärt und er liest hier marcel maus eine der wichtigsten religionsanthropologen der jüngeren zeit er beschreibt whatever form the victim offering took once it was full of the god the divinity became too immense too terrible to be contained it was necessary to break apart the offering yet even after death perhaps especially after it the animals carcass the god's container was steeped in his presence this is why the worshippers are part of it the act was not just feasting but communion the worshippers own bodies combined with parts of the victims to express the fact that the god had entered them the victims body ponds were in fact reconstructed now in a different way by uniting the bodies of the worshipers und interessant ist auch dass die bestimmte organe also kopf augen zungen ohren finger und so weiter die wären die waren quasi von allen körperteilen heilig gesprochen und diese also das sind die idee idee die organe mit denen wir bewusst oder gewollt etwas tun können wir können sprechen wir können sehen wir können hören wir können tasten wir können greifen und dieses heilig sprechen von diesen spezifischen organen hat mit dieser geschichte der der word shoes also der tugenden zu tun ja also die bräuche und die ethik waren auf eine für uns fast unvorstellbare weise miteinander verknotet und vermischt ja wie das wie das schwer schwer vorstellbar ist und jetzt aber zur terminologie also er sagt some forms or ornament and their names seem derived from the process or bringing of bringing the victim to the altar a column base zum beispiel ist first of all a foot but the word also means footwork the stepping in a rhythmic movement diese ganzen prozeduren die wir jetzt wirklich nur sehr distanziert und kurz angeschaut haben stellen natürlich eine art rhythmik her die ja in der in der aufteilung die wir bei bei betruf gesehen haben zwischen komisch tragisch und satirisch nicht an einem ort platz finden sondern wo die gemischt sind alle und das ist auch das ist auch der punkt eigentlich was die poetik erreicht hat sagt man dass sie nämlich diese 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 vollzugs bezogen diese diese unveränderlichen rhythmiken von von ritouren angefangen hat in eine reflexionsebene zu bringen durch das theater und vor allem durch die tragödie und die tragödie das ist auch interessant die tragödie ist die älteste form der dichtung so sagt man der poetik und im kern ist der tragos und der tragos ist der sündenbock das heißt das ist jene figur die quasi über verschiedene symbolisierungen also wenn ja unmittel mit grösser unmittelbarkeit immer noch den akt des opferns verkörpert der 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 sündenbock ist das was eine gemeinschaft ausschließt und beläht mit allem was vorher passiert ist und wichtig dabei ist dass beim sündenbock es vollkommen unerheblich ist ob also der ist natürlich nicht schuld und es glaubt auch niemand dass dieses diese 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 bock schuld wer an den dingen der punkt ist dabei dass es eine kollektive schuld gibt die dann aus der gemeinschaft weg weg weggewiesen wird und die tragödie hat sich entwickelt in einer sprachlichen symbolisierung eigentlich von diesem mechanismus röne schirar nennt das ein mechanismus in umgang mit gewalt der reden kultisch ist und kulturell wird und bleibt sein punkt ist dass man aus keiner kultur diese geschichten wirklich ganz ausgrenzen kann aber jetzt ein bisschen konkreter also wie soll das sein dass diese worte in der in der architektur diesen zusammenhang haben hier greift er den begriff der scotia heraus er schreibt another aspect of the column base is its rich concealment of horizontal shadows the molding that achieves them is the scotia this is a fairly significant world in greek for scotia is the name of the goddess of darkness and underworld darkness or shadow was perceived by the ancients not as the mere absence of light but as a palpable substance also der schatte das ist das wie ich gemeint habe die toten bleiben hier ja in in dieser in dieser welt in dieser kultischen welt a palpable substance a vapor that was stark because it was dense with the tiny mode like souls of the dead so if we look again at the shadows cast by as kutia molding we are to see them as a thick with souls the next the begriff apophysis the hollow curve between the column space and shaft is taken from the world for part of a bone or a blood vessel and the juncture in a column between the flute and the aries or edge that separates the flutes das empathize the flutes quality also hollow bony channel or conduits und again ja also das sind tropische analysen er behauptet nicht dass das die definition wäre von diesen worten sondern er eröffnet er versucht sich in diese sensibilität einzudenken die sowohl für wie truf und dann auch zwar in veränderter weise aber noch viel näher als für uns in der renaissance den leuten einfach geläufig war also er versucht über abstrakte vorstellungen konkrete objekte und die weisen wie die gefertigt sind einen art sinn zusammenhang zu finden eine weitere passage der most human and also the most sacrificial part of a column is the capital it is of course the columns head the head of the personage whose feet form and throat stand below and here again we come to the presence of souls for the heads of humans animals and even plants their blossoms were thought to contain their spiritual essences but just as a trophy consists of a warrior's outer taguments breastplate helmet spare etc so the column head really consists of head stresses of head ornaments we noted earlier ja das ist eine weiterführung davon das bild ist allerdings auf dem falschen slide gelandet dazu hier haben wir ein bild auf der rechten seite von dem kapitel und von diesem von diesem kopf schmuck von dem er spricht if we put all this together we will see the temples as a growth of sacred trees decorated with battle or hunting trophies or decked out like an altar with reconstructed sacrifices rose or teeth garlands horns bones weapons weapons and other things taken from victims figure in such displays as to flowers fruit and the like das ist eine art fazit die er zieht und was kann man jetzt aber damit tun oder das ist ja erstmal eine hypothetische rekonstruktion von einem möglichen bedeutungsfeld der weitere aspekt der wichtig wird ist die rolle von einem tabu also das quasi so ein kult oder das so ein 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 ritual immer wieder und immer wieder gleich vollzogen wird etabliert etwas was wir tabu nennen und was mit dem begriff des sagt er zusammenhängt und interessanterweise haben wir hier wie beim opfer was einerseits getötet werden muss und andererseits heilig gesprochen wird eine ähnliche doppelstruktur er geht so weit dass er sagt das wort sacrifice might be translated as making tabu making tabu heißt so viel wie man darf es nicht anders ja man darf es nicht anfassen und zwar weil es ein widerspruch verkörpert weil es ein widerspruch verkörpert der nicht aufzulösen ist deck quasi gebannt wird in dem was hier so benannt wird und aus dem kommt auch der begriff des sakrosankten und sein bezug dazu was eigentlich ein brauch oder ein kasten ist es ist nicht nur eine frage von sich ja also nicht nur eine mechanische frage im sinn von abstoßen und anziehen sondern es ist ein geschehen was nicht auflösbar ist und genau deswegen nur durch extrem zeremoniellen charakter quasi domestiziert werden kann das ist die die idee dabei wir haben die rolle des körpers und der diese diese diesem ender mensch der zerlegung und der wieder zusammenfügung gesehen und er schlägt nicht mehr vor als zu sagen wenn quasi die truf uns diese symbolisierung des körpers also nicht mit der körper und auch nicht mehr eine bestimmte geschichte von den also die dorische versus die eine der anderen ordnungen quasi als geschichten gibt sondern eine symbolisierung des körpers dass wir natürlich diesen gesamten hintergrund der bräuche mit denken müssen und wichtig ist dabei auch immer zu bedenken dass wie truf als römer geschrieben hat das heißt rom war quasi unrein kulturell in dem sinn dass sie alle möglichen kulturkreise als römer aufgenommen haben das ist eine andere zivile struktur als das die stadtstaaten der griechen zum beispiel praktiziert haben das heißt wenn also man mit einem gebrauch mit einem brauch anders umgeht dann ist das nicht nur ein schnitzel soll jetzt also eine eine man hat es nicht gewusst oder gekannt sondern es ist etwas viel schlimmeres blasphemie und er beschreibt aber das ist dann im dritten kapitel oder dem vierten was wir uns nicht mehr in dieser in diesem detail anschauen möchten er beschreibt die sprache von wie truf als eine des dietary endless dietary tabus ja also noch sehr nahe noch sehr nahe eigentlich an dieser kultischen realität gut jetzt sind wir fast am ende mit dem mit diesen düsteren hintergründen was dabei wichtig ist sowohl bei der tropischen weise der mit mit wort geschichte mit wort archäologien umzugehen wie eben auch im umgang mit den eigentlichen riten dass die dinge vieldeutig sind also diese ganzen riten diese ganzen praktiken diese diese kulte leben davon dass einerseits jedes ding sogar jedes fragment von einem ding einen ganz spezifischen platz braucht aber gleichzeitig voll die valente ist also viele rollen spielen kann sowie die worte wenn man sie uneigentlich uneigentlich gebraucht er schreibt und das ist eine gedanke den uns wieder zu mimesis zurückbringt und auch zum bild einbilden abbilden vorstellen er beschreibt vorwachsen ist der preis auf any sort of representation also diese polyvalent ist der preis von jeder repräsentation die art ist doch kraft man is essentially portraying one thing with another also wenn er versucht aus diesen objekten diese dinge herauszulesen dann muss er in den worten natürlich immer das eine als folie nehmen um was anderes zu verstehen aber sein punkt ist dass in einer materiellen praxis das genau so ist also dass man immer ein ding quasi opfern muss um es uneigentlich zu gebrauchen das heißt nicht selbst wahr oder ernst zu nehmen um etwas anderes herauszustellen und dass dies eine art von bemächtigung ist aus der es überhaupt gar kein außen gibt sowohl in der praxis in werken in im handwerk wie eben auch in der in der sprache also man repräsentiert ein ding immer nur durch ein anderes ding und ich habe ihnen am anfang diese kurz darstellung gegeben der sehr aktuellen philosophie mit dem alleure und mit der objektorientierung ich will das nicht analysieren wie genau diese dinge zusammenspielen aber ich denke es ist sehr evident wie themen die wir jetzt hier gestreift haben wieder da sind was immer das heißt noch einmal den art wir können jetzt vor diesem hintergrund deutlicher auch sehen inwiefern mit ruf wirklich eine rationalisierung vorschlägt mit seiner theorie der architektur die theorie heißt ja immer nur dass man mit der bedeutung umgehen will aber quasi die bedeutung teil von einem von einem wissen sein soll dass ich dass ich herausbilden kann also das nicht das nicht feststeht das heißt es sind mittelbarkeit schritte die eingezogen werden deswegen auch dezent also er geht vom drama aus ja wenn die politik die tragödie diesen vollzug diese vollzugs realität der kultischen praktiken symbolisiert hat dann geht jetzt die architektur wenn sie damit ihr ihr ornament also ihre ihre dekor ihr brauch verkörpert einen schritt weiter und gibt quasi diese täglichen symbolisierung eine körperliche manifestation und was ich hilfreich finde ist anstatt immer nur zu sagen eine autos ein autos eine autorität dass die medialität immer mit hinein spielt also wie beim renne china wo er sagt das desire dass etwas begehrt etwas wollen ist etwas was immer vermittelt wird ja also diese 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 mittelbarkeit und wir werden jetzt in dem letzten text von von der heutigen sitzung bei charles yanks ein bisschen auf diesen aspekt kommen weil nämlich die postmoderne natürlich vollkommen affirmativ in der medialität geht es geht in gewisser weise darum das buch zu töten oder zu opfern in der postmoderne weil das buch für eine institutionelle autorität steht die so nicht mehr in unsere politische situation in unsere politischen ideen heute passen also entweder kann ja also das sind vielleicht drei drei kurze index wie in der jüngeren zeit genau das buch zu dem zu den topos wird könnte man sagen den man dekorieren muss in dieser gesamten geschichte das ist einmal die idee des tods des autors sie sind am radikalsten formuliert von roland bart und von michael foucault und da gibt es verschiedene leseweisen davon aber die die prominenteste ist eigentlich die dass der das nicht der der den text schreibt die mit der bedeutung umgeht sondern immer der der den text liest ja und dass ein buch quasi also dass jemand der ein buch schreibt er so was wie ein ein medium ist also keine rolle spielt eigentlich transparent verschwinden soll aus dem text und dass alle die die das lesen und die in den text hinein projizieren die bedeutung von einem buch etablieren und damit ist auch verbunden dass ein buch nicht mehr ein objekt ist was zwischen zwei buch deckeln gebunden ist in der in unserer tradition sondern ein buch wird geöffnet für ein werk und ein werk ist eigentlich nie abgeschlossen das offene werk das hatte man früh für die kunst natürlich gesagt man hat gesagt ein kunstwerk ist genau in zu einem sinn unbestimmt weil es nie vollständig bestimmt sein kann und das gleiche hat man angefangen in der speziellen in der impost strukturalismus für ein buch oder für einen text zu klären damit zusammenhängt die vorstellung dass es das ende der großen erzählungen wird das oft genannt ist von von aus einem buch von vielen natürlich aber sehr prominent bei schon franz war der report und post modern condition heißt dass das war ein bericht den er als philosoph geschrieben hat für die kanadische regierung darüber was der status vom wissen ist in computerisierten gesellschaften und er sagt eben als kern idee davon wir leben in einem nachmoderne weil es keine gemeint also keine umfassenden erzählungen mehr gibt die autorität haben werden also dass die wissenschaft unweigerlich fortschrift bringt ist nicht mehr ist nicht mehr akzeptiert dass solche ideologien eigentlich werden durch die macht der computer kommunikation entkräftet das steht hinter dieser idee in einem ähnlichen zusammenhang wenn auch anders besetzt würde ich auch peter eisenmann verorten wenn der sagt die architektur selber ist autonom gegenüber von philosophie gegenüber von allem anderen weil sie selber ein nicht referenzielles zeichen erzeugt verkörpert und ist ja das ist so da werden wir in der zweiten vorlesung im nächsten semester genauer schauen wie eisenmann mit dieser vorstellung umgeht also ein nicht ein selbst referenzielles zeichen und das ist ein index vielleicht auf die letzte sitzung nächste woche wo wir nicht referenzialität in der architektur heute anschauen möchten und zwar mit dem buch von und jati aber es geht in ganz vielen facetten und weisen darum die autorität des buches entweder vom sockel zu stoßen oder bottom-up zu klären oder es überhaupt aufzulösen in in diese wie hat es der halle genannte plurality pluralism of notes also nichts was die was was quasi mehr zusammenbinden kann was die leute erleben dass sie wahrnehmen was sie notieren von den dingen und in dieser zeit jetzt kommt ausgerechnet charles yanks der für postmodernismus steht das heißt immer man relativiert alle also man denkt eigentlich der postmodernismus steht am anfang von dieser krise des buches und er schreibt jetzt einen text das buch kommt zurück und es rächt sich und da möchte ich jetzt kurz durch durchführen wie er sich das denkt vielleicht vorweg gesetzt es ist so dass für ihn postmoderne eigentlich gleichbedeutend ist mit kritischer moderne das heißt es ist eine bewegung die versucht zu denken was die moderne an sich selber vergessen hat also zu schauen was sie wo sie erfolgreich ist was für sachen sie auch im negativen bewirkt hat also eine kritische auseinandersetzung mit der moderne und er beginnt damit dass er sagt wir leben in einer geschichtsvergessenheit also diese dieses diese anekdote hier über gole vidal der die united states of america the united states of omnisia nennt ist eine art ikonische passage für den ganzen text von von janks baut auf dass wir eben nicht nur oder mit damit dass wir den buch und den text und der überlieferung und der tradition und dem fortschreiben von etwas keine autorität mehr geben dass wir die geschichte ganz vergessen also dass wir geschichtsvergessen sind und das eigentlich alles zu einer art er unterscheidet several incarnations of minimalism seit den 60er jahren und dass er hat eine polemische passage wo er sagt und jede neue in kanälen nach minimalism weiß schon nicht mehr was die letzte gewesen ist und wiederholt sich gewissermassen ja aber die das ist polemik ich habe die polemik versucht ein bisschen rauszuhalten sondern die argumente in den vordergrund zu stellen und die argumente sind haben mit projektivität zu tun er sagt dass wenn wir die geschichte weglassen also wenn wir quasi nicht nur die farbigkeit sondern eben auch die schattenspiele der zeit der 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 geschichte der reellen geschichte wenn wir die nicht mehr mit thematisieren dann wird alles zu einer tabula rasa aber jetzt anders als das im 14 jahrhundert gemeint war wo tabula rasa einfach gemeint hat lasst uns alle doktrinen beiseite stellen sondern es wird zu einem christ ihnen zu einem zu einem zu einer zu einer blanken also zu einer vollkommen unmarkierten fläche auf die sich alles und jegliches projizieren lässt und auf diese fläche jetzt so beschreibt er ist es einerseits möglich sich obwohl man quasi zeitlose werte im design verkörpern wir durchaus eben mit corporate branding assoziiert und sein seine kritik oder das was ihn an einer kritischen haltung interessiert hat jetzt damit zu tun also diese projekten projizierbarkeit die aber eigentlich nichts erzeugt das dann wieder vermessen werden könnte unabhängig von schnellem profit und bekanntheit sondern was quasi geometrisch dargestellt werden könnte was ihnen eine silhouette gezeichnet werden könnte was sind profile gebracht werden könnte er nennt ist das blanke geschichtsbewusstsein und er sagt es ist zwar eine art krankheit aber es ist eine wunde die man sich selbst zugefügt hat und diese wunde hat mit der rolle des stils zu tun mit dem umgang vom stil in der architektur und zwar hatten wir ja gesehen wie hier etwas eigenartiges passiert ist mit der moderne als internationalen stil oder als überhaupt als stil weil nämlich die eigentlichen meister der moderne alle genau keinen stil wollten also über ihr tun als architekten als moderne architekten nachgedacht haben ohne mit einem stilbegriff umgehen zu müssen und dass dies aber völlig anders geklämt worden ist mit den ersten ausstellungen die quasi eine diskursgeschichte der moderne geschrieben haben und der anspruch warum oder inwiefern man versucht hat design so zu begreifen in industrienähe in nähe mit der physik in nähe mit den mit der metaphysik also diese zeit kontinuität die man hat dann auch eine spirituelle kraft des bildes des ikonischen wieder in der moderne geschieht eigentlich mit dem interesse die gestaltung oder eine weise von gestaltung zu finden die beanspruchen könnte zeitlos zu sein also genau nicht historisch jengs fast dies in dem satz hier sehr 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 kondensiert er sagt architects hat du bekam ultra modern in transzenden des status quo an diesem entconvincing dem selbst dass die sein gut wie like mathematics und das paradox ist sobald man dieses streben wieder als stil fasst wenn man aus dem meteoriten stern macht ja er geht natürlich auf die rolle der zeichen systeme ein also was wir mit der polyvalenz gesehen haben dass jedes ding eigentlich seinen genauen platz haben muss aber um den platz zu bestimmen muss man ein anderes ding von seinem platz nehmen um den platz von einem anderen zu bestimmen also dieses spiel der verschiebungsverhältnisse die nie zur ruhe kommen können das ist ja was wir im 20 jahrhundert auch den linguistic turn genannt haben oder die semiotische wende die semiologische wende die begründet was wir heute medien realität nennen und mediale kommunikation nennen und er beschreibt damit sozusagen eine art erklärung wie diese geschichtsvergessenheit auch so stark hat passieren können er beschreibt in an economy where the image and the brand dominate short-term memory the book has a special place it lasts like a monument it endures and becomes the marker for long-term memory that is considered salt also das ist die 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 haltung mit ihrer den text schreibt in einem buch mit dem titel this is not architecture es ging ganz spezifisch in dem buch um den status des buches aus architektur perspektive und das ja eigentlich naheliegend ist natürlich das buch mit dem monument in eine verbindung zu bringen und dahin entwickelt es jenks auch er beginnt nämlich zu beschreiben wie der status des monument sich verändert und man in der post moderne als kritische moderne anfängt sich mit geschichte die sonst ja tabu ist also zweiter weltkrieg liebeskind museum in berlin zum beispiel auf eine symbolische weise neu auseinanderzusetzen es geht ihm auch nicht darum bestimmte positionen oder leute oder so anzuklagen sondern er sagt das ist gewissermaßen natürlich every generation forgets the battles of its parents man hast du mir gemeinted that post modernism constantly attack cultural amnesia throughout its 40 years of development sein text ist gegliedert in sieben sub-kapitel und wir haben noch zeit hier durchzuschauen der erste punkt den er herausarbeitet ist not simplicity complexity er zitiert hier venturi oder venturi mit einem 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 slogan oder eine formel die er genannt hat die obligation towards the und das interessant weil die obligation towards ist ein dekorums begriff in einem gemeinschaftsstiftenden sinn ist ein ethischer begriff ja das ist nicht eine notwendigkeit das ist nicht ein recht es ist nichts positiv formales es ist etwas was vollzogen werden muss die obligation towards the difficult toll und die vorstellung dass komplexität nicht durcheinander ist sondern durchaus organisiert ist das sind dinge die für uns heute also als ich studiert habe in den 90er jahren war das noch war das noch quasi frech und jung jugendlich ja wenn man wenn man von komplexität in diesem positiv besetzten sinn gesprochen hat das hat sich glaube ich sehr geändert ein zweites buch was er nennt ist jane jacobs the death and life of great american cities wo kritisiert wird dass man über diese ordnungs besessenheit oder diese minimalistische diese simply sind also einfachheit bezogene formensprache die stadt eigentlich zu einem statistischen problem deklariert hat was es so zu optimieren gilt dass komplexität reduziert wird und ihr buch steht dafür zu sagen aber eine stadt muss organisierte komplexität sein das ist eine facette von diesem thema eine andere ist darauf haben wir keine zeit in der vorlesung dieses semester einzugehen aber ganz wichtig für die heutige zeit unter dem begriff der bio politik oder der biomacht also das ist eine 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 denkrichtung die stadt von michel foco initiiert wurde und auch mit dieser dominanz der statistischen umgeht und eigentlich die kernthese ist die dass wir in unseren gesellschaften nicht mehr über disziplinen denken also dass man sich disziplinieren muss also bestimmte konventionen verinnerlichen muss sondern dass über eine allgemeine gesundheit die moralischen werte definiert werden also zum beispiel wird immer es geht nicht um das wohl von einem einzelnen sondern um die konsequenzen wenn ein einzelner sich nicht in bezug zur gesamten gesellschaft fügt es ein sehr komplexes thema und ein sehr wichtiges in das wir auch denke ich in der in der gegenwärtsbezogenen vorlesung im wintersemester in der architekturtheorie 2 aufgreifen können nach dem ende der großen erzählungen gibt es sozusagen eine vielzahl von kleinen geschichten und was jenks hier macht ist so eine art periodisierung also er nimmt unterschiedliche perioden war innerhalb von der postmoderne was auch interessant ist weil nämlich die these dass in der postmoderne quasi die gesamte geschichte imitiert wird also die gesamte epochengeschichte seit der renaissance limitiert wird in einer miniaturversion das ist eine sehr interessante these die die von der es sich lohnen würde sie zu erkunden er beginnt damit dass erst einmal diese geist diese postmoderne geister das nicht akzeptieren wollen der großen zusammenhänge natürlich aus einer kultur der counter culture kommt also pop wobei der modernismus vor allem als macht struktur und als kommerzialisierung und kommerzialisierte mittelklasse und bürokratie wahrgenommen wird in einem nächsten schritt geht es dann darum die geschichte und am nicht mehr oder quasi in der folge von dieser kritik von diese systemkritik könnte man sagen geht es dann darum aus der geschichte wieder sich zu also dinge zu suchen die einem im moment helfen also es heißt es gibt eine art von er hat auch dieses magma bild gemacht das habe ich jetzt hier nicht von von theorie strömungen die alle auch historisch motiviert sind aber in unterschiedliche lage verhältnisse zueinander kommen eigentlich um sie als instrument zu brauchen um in der gegenwart etwas zu bewirken die grenzen davon sieht er wenn die artikulationen zu unspezifisch werden also wenn es aus dem radikalen pluralismus einen radikalen eklektizismus gibt weil damit dann das was ihr die geschichtsvergessenheit nennt auftritt und zwar heißt das in dem sinn wie es verstehen will die vergangenheit ist vorbei ein für alle mal sie hat mit uns nichts mehr zu tun sie hat keine autorität mehr also quasi wir können sie verwalten in der weise wie wir uns erinnern wollen und das oder darin äußert sich natürlich eine verantwortung oder eine verantwortungslosigkeit die die ethisch ist und die mit einem zeitverständnis zu tun hat ja also wenn es nicht verbindliches mehr gibt und er entlarvt auch die hoffnung die darin bestanden hat ja die ennis single not quite distinctions were to be made but the focus on how german languages of architecture word to the various languages that local people were speaking das ist wieder in bezug zu venturi also die vernacular werden ganz wichtig die umgangssprachen von einer heterotopischen gesellschaftlichen realität die in gewissemassen keine gemeinsame geschichte beansprucht oder sucht sondern eigentlich muss ich alle teile versuchen aus einer geschichte die zu eng scheint sich freizustellen hier ist eine er nennt das eine formel der formel of postmodernism die alle alle elemente haben mit dieser zeit zu tun er sagt post modernism is paradox after now post present post modernism is posteriority or after all times post modernism is time binding of past present and future post modernism is crossing boundaries crossing species jetzt cross in jesus humor wieder ist die wissting gepasst bad in quotation marks das heißt in eine distanz gebracht ist revisiting the future with ironie anis acknowledge in the already set und das ist glaube ich der wichtigste aspekt davon in die age of lost innocence ja also die geschichte nicht mehr zentral zu setzen klammert in gewisser weise aus dass man versucht gut zu sein in einem sinn der einen größeren zusammenhang mit denkt als den sehr konkreten individuum bezogenen momentanen sozialen kontext in age of lost innocence das muss man immer mit denken mit mit postmoderne das ist etwas was die modernen zum beispiel nie in dieser weise wichtig genommen haben ja also der die skepsis gegenüber dem ornament hat nichts mit dem claim von einer verlorenen also mit der affirmation von einer verlorenen unschuld zu tun es ist sehr viel komplexer in einer nächsten phase jetzt und er nennt das post modern classicism geht es darum wieder einen umgang zu finden mit der vergangenheit der die vergangenheit nicht zerstören muss aber die gleichzeitig eine komplexe vor allem dem finden von einer komplexität die die gegenwart friedlicher machen soll oder weibel gangbar ja dann kann man wirklich so wie ich weibel übersetzen und dafür braucht es eine sprache der architektur die viel reicher ist als die traditionelle das sein kann aber die traditionelle das haben wir jetzt unter anderem in der vorlesung heute aber auch für die kathre merle ganz sie und über eigentlich jede der vorlesungen schon gesehen die wenn man sagt dass diese begriffe abstrakt sind also nicht klare ontologische definitionen haben sondern abstrakte begriffe sind in denen ganz viel mitspielt die aufgeladen sind in immer wieder neue weise dann ist das eine enorm großzügige sprache aber worum es hier geht ist quasi die die vielen vernacular denen ermächtigung zu geben was ja auch geschieht und was auch großartig ist weil es die sprachen sind eine heteropolis und der punkt aber jetzt wo er auch mit dem mit seiner postmodernen lehre eigentlich kritisch sein will ist dass er klar sieht dieses durcheinander an vernacular sprachen an werten an identitäten die nichts gemeinsames mehr suchen das was die zusammenhält ist der global marketplace das heißt es sind die objekte die wir kaufen können das sind konsumgüter wo man sich nicht über die bedeutung einig sondern über den preis ja und sein einfach seine also der mensch auf der book ist quasi eine geste dass diese sinnenklärung sich bedrohlich anfängt zu entwickeln das ist die 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 botschaft von dann bringt er auf den punkt und jetzt kommen wir zum stil ja dass die kunst eigentlich eine moderne zeit als eine art er nennt es ein inadequate substitut von religion geworden ist während die museen zu kathedralen werden in der aber eigentlich nichts oder immer weniger gemeinsames gefeiert wird sondern eigentlich individualismus und das ist ein widerspruch natürlich der sich auch äußert in der aufgeladenheit der stile er spricht von style wars und zieht im fazit deswegen also dass die auflösung von 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 dekorum oder von ornament oder von stil in eine sphäre der singularität also der kunst hinein nichts also halt eben kein nicht das gleiche tun kann wie die religion konnte mit stil und mit brauch und mit kult und mit zeremonie dass das nicht nicht gelingt interessant ist dass er hier auch wieder anfängt die sprache von dieser diese sakrale sprache von der wir jetzt gehört haben wieder aufzugreifen er sagt nämlich es geht darum verschiedene zeiten verschiedene periods eklektisch zusammenzubinden natürlich aber auch eine art healing amalgam oft heim zu binden zu 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 finden also wieder dieser aspekt wenn man jetzt das fragmentierte das verteilte das zerschnittene dass das ja das zersetzte wieder anfängt zu fügen dass damit eine heilende kraft verbunden ist und er nennt es das licensing auf dem monolith ja viel mit dem diesem also assoziativ mehr will ich ja gar nicht sagen sondern worum es mir geht ist zu zeigen wie diese themen eigentlich noch da sind und wie sie aber nicht wirklich sehen ja und dann in dem gleichen zusammenhang eben auch also das nennt er der symbolische umgang mit vergangenheit dass in einem ähnlichen geist wir angefangen haben uns mit der geschichte zu befassen die eigentlich tabu war und hier nennt der liebeskindsmuseum in berlin von der sagt the significant thing for architecture was that buildings were now dealing with explicit public content in a symbolic way and coming to terms with the part of modern history that had been suppressed cultural amnesia was again under attack es gibt aber auch facetten in seinem denken die sehr klar der wissenschaft zu gehen zu geneigt sind also nicht nur die kulturgeschichte sondern auch zeit wie sie in den wissenschaften vorkommt und das hat mit komplexität mit selbstorganisation mit der dna viel zu tun mit mit dem mit dem big bang auch wie wir sehen werden also eine neue weise wie die wissenschaft selber in ihrer objektivität sowas wie eine substanz oder eine materialität von zeit denkt also bei jenks selber ist er affirmiert dass die die zeit eine art master bilder wird er schreibt und das ist in bezug zu seinem eigenen buch mit dem titel the jumping universe the architecture of the jumping universe based on complexity theory which sees time as the master builder the most convincing example of this is dna molecules of memory that have taken more than three billion years to build up organizations complex enough to produce us among other creatures ja und mit dieser neuen und das kommt ungefähr in den 80er jahren würde ich sagen auch erst nicht wirklich früher kommt dieser dieses interesse an der organisierten komplexität noch eine historische komponente dazu das ist nämlich einen prozess gibt wo diese historische komplexität evolutionäre entsteht und das fasziniert ihn sehr aber nicht nur sondern auch kohlhaas ich nehme zuerst ja kola spricht als er redet vom jumping universe architecture auf der jumping universe kohler spricht von einem architektonischen big bang aber ich will ihnen zuerst zeigen wie er also wie jenks über kohlhaas schreibt er beobachtet wie kolas quasi diese substanz der zeit die dann plötzlich wieder wirkt oder diese materielle ist materielle geschichte also eine materialismus von geschichte den er liebt ja also die postmoderne bringt für ihn ja materialismus von geschichte wie das vergangene wenn es in quotation marks gibt gestellt wird also wenn es nicht direkt wirklich ist immer noch die gegenwart beeinflusst das liebt er und kohlhaas macht quasi eine neue art von nicht tabula rasa sondern tabula plena ja also alles fließt zusammen er spricht wir haben einen moment von big bang und was und und um das zu beschreiben prägt er den begriff der bigness also eine grösse die formalis quantitativ ist die aber auch und das greift jenks heraus nach konventionsgrößen benannt ist ja sml xl das sind die größen von unsere mode das sind die größen von unseren kleidern die auf unterschiedliche körper standards angepasst sind also eine größe die sehr auf verstörende weise quasi das kommerzielle und den marketing aspekt die werbung die produkte die artefakte wieder mit etwas kosmischem zusammenbringt das ist kohlhaas jenks schreibt rem kohlhaas manifesto sml xl produced with the graphic designer bruce mau reiterated these ideas of rupture in a new way in 1995 it was a classic postmodern hypertext mixing genres as an ultimate hybrid as the authors write on their book jacket not only is it a novel but it combines essays manifestos diaries fairy tales travelogues a cycle of mediations on the contemporary city with work produced by kohlhaas office er liest es als eine beschreibung auf die örtel condition und liest auch den begriff der witness als einen deskriptiven term und da würde ich eben sagen es ist kein deskriptiver dass ein operationeller ja also der will etwas tun aber die bedeutung von dem was er tun will ist noch nicht fix also der ist quasi kultisch aber ein kult gibt es noch nicht ja so wie dieses retroaktive manifest von dem wir letztes mal gesprochen haben so bigness has some obvious truth in many respects the city is out of control and has never and has nothing whatever to do with architectural merit or value it is after architecture and mega development as kohlhaas put it brutally und dann dieses immer wieder zitierte in fact context ja also den kontext nicht mit in betracht ziehen und hier ist diese geste gemeint ja dass man sagt man man richtet sich auf oder man stellt sich heraus und der begriff der bieten ist bei kohlhaas funktioniert so und was jetzt hier interessant ist ist wie nahe sowohl die inspirationsquellen wie auch die subtilität und die differenziertheit in der weise wie beide das beschreiben und dennoch würde ich sagen weitgehend in vers zueinander gedacht sind und was bei kann die was bei charles jengs ganz wichtig ist ist das für ihn diese geschichte von der er sagt sie ist wir haben sie vergessen und es ist nicht gut ja dass wir dass wir sie dass wir diese amnesia haben das ist die geschichte die sich rein im diskurs spielt das geschichte die quasi niedergeschrieben ist schon das ist nicht eine 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 zeit eine kraft von zeit die physisch schwer die physikalisch schwer sondern es ist immer diskursiv also immer über das wissen von in der tradition eigentlich der des diskursiven denkens deswegen gibt er auch so viel kraft auf das buch was ich was ich rächen würde bei kohlhaas würde ich sagen für ihn sprechen die dinge wieder ja und dass die dinge widersprechen heißt eben zum beispiel dass wenn man etwas in ein profil setzt wenn man silhouetten wenn man outlines umrisse zeigen will schattenspiele mitspielen müssen also und zwar schattenspiele jetzt nicht wie die seelen der toten die die in den in den füßen der der säulen quasi beherbergt werden nicht in diesem in diesem in diesem sinn direkt aber wie mit den tropen wenn man mit einem wort was etwas verkörpert was man nicht ex also nicht exhaustively nicht nicht erschöpfend kennt ein anderes in eine in eine figur bringt in eine in einem ein gesicht gibt ja also eine ein assoziativer umgang der trotzdem geometrisch skulpturierend formal sein will aber halt eben eigentlich immer viel mehr mit sich trägt das was er selber containen was er selber beinhalten kann kohlas schreibt in seinem text biegen ist das ist das sind die anfangsparagrafe davon er spricht von einem architecture big bang er sagt beyond a certain scale architecture acquires the properties of business das schon mal interessant ja also bing es ist nicht eine grösse die der skala an sich zugrunde liegt sondern er sagt wenn eine bestimmte skala eine bestimmte grössenordnung überschritten ist dann kommt ein neues eigent eine neue eigenschaft der architektur hinzu diese neue eigenschaft nennt er binges the best reason to broach binges is the one given by climbers of mount everest because it is there binges ist ultimate architecture es gibt also keine geschichtliche erklärer es gibt keinen erklärungshorizont dafür es ist ein effekt also kein grund keine ursache sondern effekt it seems incredible that the size of a building alone in bodies and ideological program das der punkt den er sagt er sagt binges ist eine grösse die ein ideologisches programm verkörpert also ausgerechnet grösse das formalste von dem wir denken dass es das gibt soll immer schon ideologisch aufgesetzt sein und zwar in eine weise die unabhängig ist vom wille des einzelnen architekten und er sagt diese kraft ja also genau deswegen weil quasi binges aus dieses neue property eine art agency hat das war eine ein wirken eine kraft die keine ursache also die sich nun die nicht dass eine ursache kommt sondern schlicht aus dem effekt sich herauskristallisiert in denen will collas der full intelligence of architecture sehen also in dem dass also diese formulierung müsste für für charles jenks die übelste frazze des postmodernen sein also genau nicht das wonach er sucht das ist interessant immer herauszuarbeiten so für collas gibt es also 100 jesse god das ist die mit der moderne generation of conceptual breakthroughs an supporting technologies unleashed an architecture big bang bei randomizing circulation wichtiger zirkularität wird zentral gesetzt nicht auspackt nicht entfaltung oder platzierung sondern zirkularität zirkulation short circuiting distance ja kurzschlüsse artificializing interiors reducing mass stretching dimensions accelerating construction elevator electricity air conditioning steel and finally the new infrastructures form the cluster of mutations that induced another species of architecture was er beschreibt hier ist eine art titanisches geschehen um die zeit und um das zwanzigste jahrhundert zu beschreiben das heißt er lehnt das wortspiel von moderne und postmoderne und so weiter ab und sucht nach einem neuen so wenn man jetzt wieder nur schreibt was jenks schreibt dann sind eigentlich die werte nicht so unterschiedlich er hat er schließt seinen text mit einem post skript wo er 13 propositionen macht für eine postmoderne architektur was aber wichtig ist ist dass kohlhaas von theoretisch spricht jenks spricht von propositionen und propositionen sind in einem logischen rahmen also in einem diskursrahmen theoretisch sind mathematisch und kryptisch ja ein theoretisch etwas was demonstrierbar ist und was aber in der logik bewiesen sein muss bevor man es akzeptiert außer in der mechanik ja die mechanik ja immer nur umgangsweisen ohne wahrheitsanspruch formuliert also jenks ist propositionen kohlhaas ist theoreme jenks sagt es gibt allgemeine werte dann gibt es linguistische und ästhetische und dann urbane politische und ökologische werte und die haben mit den schlagworten zu tun die wir schon gesehen haben also multivalenz statt univalenz imagination statt fancy wunschdenken könnte man sagen complexity nicht minimalismus und so weiter bei den linguistischen und ästhetischen werten stellt er ganz klar und das ist wichtig und interessant den code heraus aber eben nicht die größe ja man könnte sagen kohlhaas bigness ist die größe die immer schon durch kaut gemessen wird bei jenks spielt die größe keine rolle es geht um den code und architecture ist in wente dann passiert so kohls hänster language of architecture an symbolik architecture hänster double coding und so an dann geht es um neue vernacular neue umgangssprachen es geht darum dass die sprache öffentlich ist ja also das sind alles aspekte die ich mit der digitalen sophistik meine es gibt ihm auch um architecture necessitates ornament ja punkt acht mit symbolik and symphonic wie in der symphonie also zusammenspielen hänster relevant information theory also code und informationstheorie soll das spiel von harmonik und geometrie neu artikulieren können danach sucht jenks und die metapher ja aber nicht den trop sondern die metapher ist immer ja das ist ja in der philosophie ein wichtiger streit man sagt ein begriff ist eben keine metapher weil eine metapher immer mit begriffen auf unklar auf uneigentliche weise umgeht und was aber man eigentlich nie wirklich klären kann ist woher kommen denn die begriffe wie wird etwas ein begriff da gibt es ein schönes buch von von die absolute metapher von blumenberg von hans blumenberg die absolute metapher wo er sagt dass man einfach bei bestimmten worten quasi einen strich ziehen muss und sagt die gelten jetzt absolut also man kann nicht dahinter zurückgehen also die geste von hörschi mit diesen tropischen zugängen die die werden quasi zugunsten einer logischen konstellation und zugunsten der möglichkeit einer logischen ordnung verabschiedet er auch affirmiert dass architektur kosmogenisch sein muss wenn es kosmogenisch dann die werte nachhaltigkeit dass sich realität quasi kristallisieren muss oder abperlen muss oder bilden muss also nicht wirklich eine frage von planung sein kann direkt aber dennoch form sie können das nachlesen der text gibt wirklich eine schöne charakterstudie würde ich sagen der wichtigsten theorie strömungen und ansätze der letzten jahrzehnte wieder ich möchte jetzt aber das vorbereitung auf die sitzung nächste woche und auch um quasi sowas wie eine verbindung verbindende glieder aus der gegenwart einzubringen in diese geschichte der religionsanthropologie dann präzise begrifflichkeit tropische theorie und dann kritische theorie und die frage stellen was denn oder wie können man heute über architektur und der lebendige text ja was für was für was für ansätze dazu gibt es und ich möchte zwei herausstellen der eine ist bei von schilder löse und felix gattari in ihrem buch dem ihr plateau ist eine der wichtigsten texte um diese kritik dem buch gegenüber während man gleichzeitig am buch festhalten will zu thematisieren wichtig hier ist dass das rizom eine pflanzenmetapher ist wir haben gesehen dass bei der pflanzenwelt eine art vor vorgeschichtliche eine art vor vorgeschichtlicher zugang zu bestehen könnte um um besser verstehen zu können wie sich diese verbindung von ornament als kosmologie oder kosmetik und oder kosmik herausbilden konnte dass quasi über die über die pflanzenwelt vielleicht interessante zugänge gefunden werden können dass rizom ist ein wurzelstock sein ein wurzelstock aber nicht eine von einer pflanze die mit einem die die quasi wurzeln hat und dann in einem stamm wächst und sich dann wieder branch in in äste aufteilt sondern ich habe die folie ist zum beispiel eine rhythm das sind populationen von pflanzen die unterirdisch quasi eine gemeinsamen speicher von einem gemeinsamen speicher leben ja also die brennessen sind fast nicht auszurotten weil wenn man die irgendwo ausreißt dieses rizom im untergrund so stark ist dass die einfach nur wieder kommen die pflanzen also die rizom ist eine art kollektive tank oder sowas wurzel entkoppelt von der von der baum logik und das ist die figur in der der lösung katharien buch schreiben wollen sie sagen und das ist der einleitungstext der tour of as road anti ödipus zu gehen sind ich was was selber der was all ready quite a crowd sie sehen ja also der leser spricht genau so mit wie derjenige der hört nur der leser selber ist viele der versprecher selber ist auch viele crowd population statistik hier we have made use of everything that came within range was closest as well as farthest away we have assigned clever pseudonyms to prevent recognition why have we kept our own names out of habit purely out of habit to make ourselves unrecognizable in turn to render imperceptible not ourselves but what makes us act feel and think ja also sie nehmen ihren eigennamen eigentlich als chiffre um sich selber unsichtbar zu machen in der weise wie sie schreiben und das geht eben weil sie an der identität festhalten aber eigentlich alle organisation im innen dieser identität zur disposition stellen also in einen fluss bringen in einen in eine in einen anderen zusammenhang setzen wollen also durch das autor sein die integrität eine eine form erfinden die die aufgelöste integrität halten kann oder so und ein solches buch hat dann weder objekt noch subjekt wie das made of variously formed matters and very different dates and speeds jedes kapitel von den mill plateau mill plateaus sind so wie die stratas in der geologie in der erde und jedes kapitel hat ein eigenes spezifisches datum vielleicht können wir mal eine vorlesung machen und darauf eingehen es ist ein super interessantes buch ich will es ihnen vor allem als geste vorstellen wie die pflanzen plötzlich wieder auf eine metaphysische weise wichtig werden das zweite was ich kurz nennen möchte ist emmanuelle gotcha das ist sehr viel jünger also gerade die und die löst das ist 68 dieses buch hier ist glaube ich 16 oder so die beginnen zu sagen die pflanzen zeigen uns dass die lebewesen das milieu in dem sie leben selbst hervorbringen können also pflanzen als lebensformen waren in der in der in den in den ontologien eigentlich nicht besonders sind also wird nicht aber nicht viel symbolisches damit verbunden und er sagt aber dass die pflanzen uns eigentlich die struktur der welt geschaffen haben und zwar durch die fotosynthese weil sie die früher sehr frühe lebewesen waren in der in der evolution des planeten und weil sie als sie vom land von wasser aufs land gewechselt sind das ganze klima verändert haben so dass andere lebewesen die atmen müssen luftatmen müssen leben können sie sehen die begrifflichkeiten pflanzen zeigen uns sagt er dass das leben ein bruch in der asymmetrie zwischen umfassendem und umfassen ist sobald das leben gibt ruht das umfassende im umfassen und umgekehrt also ist in ihm enthalten ja das sind einfach nur hinweise um zu zeigen warum ich denke dass mit diesem begriff des ornament und der geschichte und der möglichkeit von einem zugang dazu dass wir damit ein sehr aktuelles thema streifen er beschreibt ja geht sogar weiter er beschreibt pflanzen er sagt wir müssten pflanzen eigentlich als zahme titanen als materielle gottheiten beschreiben weil die leben also das umfeld für leben stiften in der nächsten sitzung kommen wir wieder weiter weg von diesen fabulationen von diesen von diesen konkreten geschichten und wir werden sehr viel abstrakter und gleichzeitig strukturelle mit dem text von valeria und schatti der wieder ein traktat ist also ein buch was einen umgang etablieren möchte es wird die letzte die letzte sitzung sein und wir haben noch obwohl wir über die zeit sind heute gerne ein paar minuten zeit wenn sie fragen haben und um punkte zu diskutieren Vielen Dank.